Willkommen beim Pflegedienst Häusliche Krankenpflege und Seniorenbetreuung Doris Grübe. Der Pflegedienst Doris Grübe besteht seit 1990, seit mehr als 25 Jahren. Wenn Sie sich uns anvertrauen oder einen lieben Menschen in unsere Pflege geben, dann hat das viel mit Vertrauen zu tun. Dem stellen wir uns, indem wir hohe qualitative Ansprüche an uns stellen. Sie werden von gut qualifiziertem Personal betreut, das regelmäßig an internen und externen Fort- und Weiterbildungen teilnimmt. Des Weiteren sind wir immer erreichbar und einsatzbereit.